Marshall James Napier ist ein neuseeländischer Schauspieler. Leben Marshalls Großvater war der bekannte britische Schauspieler Alan Napier. Im Jahr 1988 zog er mit seiner Frau und seinen zwei Kindern, Räuben und Jessica, nach Australien, um dort seine Schauspielkarriere voranzutreiben. Er erhielt eine wiederkehrende Rolle in der Serie Police Rescue und trat in zahlreichen anderen Serien und Filmen auf. So spielte er unter anderem eine kleine Rolle im Kino-Hits ein Schweinchen namens Babe. Von 2001 bis 2006 spielte Marshall Napier eine Hauptrolle in der populären Serie MacLeuds Töchter als Harry Rhein, die in Deutschland auf Vox und in Österreich auf Servus TV ausgestrahlt wird. Zusammen mit seiner Tochter, der Schauspielerin Jessica Napier, gewann er 2002 in der australischen Version von Wer wird Millionär? 64.000 Dollar für die South Australia Animal Rights Group. Filmografie 1979 The Neville Purvis Family Show 1980 Unerbittlich 1981 Der Kampf Koloss 1981 Mach's gut Porg Pai 1987 Der Navigator 1989 In geheimer Mission 1990 Big Steel Jaguars klaut man nicht 1990 zu 1992 Police SQ Gefährlicher Einsatz 1991 Flirting Spiel mit der Liebe 1993 Timer Trucks zurück in die Zukunft 1994 Lucky Break Leidenschaft in Gibbs 1995 Ein Schweinschen namens Babe 1996 zu 1999 Waterrats die Hafenkops 1999 Strange Planet 2001 Farscape 2001 zu 2006 MacLeuds Töchter 2003 Mit vollem Einsatz 2007 Mein Freund der Wasserdrache Bundeskarte Gesetz Lebenskarte 7 8 8 9 Vielen Dank.